Ich bin Triteein! Yeah, fuck yeah! Ich bin Triteein! Wollen Sie die Gäste reinigen? Ah! Wollen Sie sich mit den Gästen reinigen? Ähm... Ja, wenn Sie sie angreifen, sie sich an! So! Wie das muss aussehen, für Leute, die jetzt zukommen, wie ich die ganze Zeit überall draufklicke! Nein, da lang. Oh, jetzt bin ich weit nach vorne gerannt. Ach du Scheiße. Wo bist du? Am Abkratzen. Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Äh... Nein, nein, Entschuldigung, nach oben, nach oben, nach oben. Das ist, äh, ja, der Tod für dich, wenn du da bleibst. Das ist auf der gegnerischen Seite. Drück am besten B. Und dann? Teleportierst du dich zurück. Das geht um einige Schnellheit, wenn du laufen würdest. Hä? Würde da nicht stehen bleiben. Ah, und dann darf man sich nicht bewegen in der Zeit? Ja. Scheiße. Der Ur, der Ur, er hat mich, er kann nicht weg, warum kann ich nicht wegrennen? Was hat der für ein Problem? Mein Sand, ey, was ist ein Erzgemilch? Hat seine Ulti aktiviert. Der hält dich fest für eine bestimmte Zeit. Mann, das war schon in der ersten Aufnahme so, dass ich nicht rennen konnte, da diese Fehlaufnahme, die komischerweise so asynchron war. Boah. Ich kaufe mir noch was. Ich habe jetzt 600. Äh, 470. Das kaufe ich mir. Ich habe mir Laufstiebel geholt. Das sieht immer so aus, als ob hier ein Teil vom Leben schon fehlt. Also, genau über meinen Namen. Ein Verlündeter, nur du getötet. Okay, ich muss hier mal den Hintergrundgeräusch ein bisschen leiser machen. So. Okay. Welche Gegenstände hast du, die das... Ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm. Okay, sobald du genug Geld hast, dann drück mal auf dein... Geh mal ganz unten links, wo das Geld ist. Da ist schon eine, ja, so ein Portemonnaie oder so eine kleine Tasche, ne? Alter, hier verändert sich nichts am Sound, ey. Ich habe ihn leiser gemacht, ne? Du bleibst ja gleich. Oh. Ach, man muss erst mal OK drücken. Ja. Dann musst du es ja bestätigen. Vielleicht hast du es ja aus Versehen so leise gemacht. Hä? Aber jetzt ist kein Sound mehr da. Ja, du darfst ja nicht ganz runterdrehen. Nee, ich auch nicht. Sind dann bestimmt noch... Okay, jetzt drehe ich ein bisschen höher wieder. Wow, shit. Ungefähr anderthalb Zentimeter sind die jetzt groß. Oh, ist das laut genug? Egal, ich hoffe, man hört uns trotzdem vorher die... Oh, schon fast eine Viertelstunde spielen wir. Alter, mich greifen schon wieder zwei an. Boah, was denn das für ein Spiel? Du solltest lieber erst mal das Tutorial machen. Oder lieber erst mal gegen Bots kämpfen. Kannst dich so eingewöhnen. Ja, ich glaube, das nächste Spiel ist ein Bot, das wir machen. Okay, wie viel Geld hast du? 290. Okay. Ich spare lieber noch ein bisschen. Ja, dann geh mal auf dein, ähm, bei dem, ja, auf dein Inventar, oder in deinem Inventar, auf die, ähm, neben dem Geld, dass ich ständig, dass... Oh, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Jetzt geht es nicht mehr weg. Muss auf das X hoch. Oh, Sprössling geworfen, jetzt habe ich 1500 G, äh, 150 G bekommen. Ja, das ist, weil den Turm zerstört wurde. Ah ja, deine Fähigkeiten solltest du auch öfters aktivieren, ne? Ja. Ah, ja, stimmt. Oh, scheiße. Q, ich muss mal Q auf jemanden machen. Boah, ich ziehe mir gar keinen, mich da ab. Wo sind wir? War die Map nicht vorher oben? Wie meinst du? In meinem ersten Video habe ich das Gefühl gehabt, dass, äh, dass mein, äh, dass die Map oben war. Meinst du die Minimap? Ja. Nein, nein, die war immer unten. Alter, was war das für eine Lache, ey? Du sollst auch deinen Sprösslingswurf aktivieren, auch gegen Vasalen. Also gegen die kleinen Viecher. Ne, ich habe gerade einen Sprösslingswurf auf mich selbst gemacht und habe dafür Geld bekommen. Nein, das ist nur, wenn Turm zerstört wird. Ne, das war, weil ich hier den benutzt habe. Ja, dann wirf ihn nochmal. Ne, erstmal muss ich den hier massakrieren. Jetzt habe ich nicht mal Geld dafür bekommen. Oh, shit. Warte, komm zurück, komm zurück. Kacke. Abhauen, abhauen. Kacke. Alter, sind das viele Gegner. Ich hau lieber hier. Das sind alle. Weg, weg, weg. Links, runter, runter, links, runter. Nein, nicht hoch. Alter, alle. Ey, der hat mich festgehalten. Ja. Moa. Was für eine Blamage. Wo kann man erleben, wie oft ich gestorben bin? Ganz oben rechts. Ganz, ganz oben rechts. Ach, da. Der Totenkopf ist, wie oft du gestorben bist. Der Schwert ist, wie oft du gestorben bist. Ja, 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 und Unterstützung. Ich hatte null Unterstützung, nein. Ich habe wieder eine Fähigkeit freigeschaltet. Ich bin jetzt Level 4. Äh, 4, 1, 2, 3. Ich kann das vierte nicht aktivieren. Äh, ja, noch nicht. Das kannst du erst ab Stufe 6. Das ist doch scheiße. Das oberste, das ist die Uldi, die stärkste Attacke, ne? Was soll ich nehmen? Das oberste, oder das erste. Der oberste ist gut, alles ist oben. Wo lang gehst du? Äh, Mitte. Scheiße. Egal, mein kleines Squad-Team hilft mir, das vorrennen wird. Es opfert sich für dich. Natürlich. Nach mir kann die Welt untergehen, ne? Alter, jetzt ist unser Turm zur Hälfte nur noch, Heidel. Was machen andere Wichser denn? Die schützen gar nicht. Ah, ah, ah. Ja, sie beschützen sich. Der ist schnell. Hä, der ist voll schnell. Ich kann gar nicht dagegen machen. Schnell weg hier erstmal. Zurender. Oh mein Gott, da sind... Oh. Ich muss mich aus, keine Mischung erwischen. Es gibt doch dieses... Oh, jetzt bin ich im gegnerischen Bereich. Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Hast gehört, er verfällt im Blutrausch. Ah, power, 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 power. Hast du jetzt zwei getötet? Nein! Ja, habe ich. Scheiße, ich bin abgekratzt. Wie viel hast du denn zusammen geküllt? Fünf, äh, drei. Fünf. Oh man, und ich? Ja, ich? Ne. Ich habe fünf geküllt. Oder fünf killen lassen. Ja. Das trifft es eher. Egal. So, wie viel Geld hast du jetzt? Alter. Warum habe ich jetzt plötzlich nur noch zehn Frames? What the fuck? Oha. Gehe ich fünf Schritte weiter und plötzlich gleich geht's wieder hoch. Gut. So, äh, ich habe... Wie viel habe ich? 885 gleich. Jetzt. Dann geh auf diesen Kobold da, drück drauf und dann, ähm, unten siehst du ja deine ganzen Items, ne? In groß. Ja, drei Sachen. Äh, geh auf deinen Saphir-Kristall. Ja. Und dann öffnen sie, sind oben, oder, ja, sind kleiner, noch ein paar andere Sachen. Ein Schwert und so. Ja. Dann geh da, wo die, ähm, wo der Katalysator ist. Das ist die, äh, komische Diamant. Also, der Wutersammerkiss-Technik. Ja, habe ich, habe ich. Dann kannst du ihn dir kaufen. Ich habe jetzt einmal auch nur draufgekleckt. Ja, äh, ähm... Okay, ich habe ihn gekauft. Okay, Jupp. Danach sparst du für die Merkur-Stiefel oder Merkur-Schuhe. Ich habe schon Schuhe. Ja, aber du brauchst die Merkur-Schuhe, ich mache die schneller. Kann ich die verkaufen? Verkauf ich die. Nee, du brauchst die. Das sind sowas wie Upgrade-Items, die du da hast. Ah, ich habe jetzt aber die Schuhe verkauft. Das ist schlecht. Jetzt bist du langsamer. Äh, dann kaufe ich sie zurück. Wo waren die denn? Bewegung, ne? Ja. Kann ich nicht kaufen. Ja, du kriegst weniger Geld. Ja, war auch bei meinem Sacred Gold-Spiel da. Äh, da hat mich der eine Händler sowas von über den Tisch gezogen, ne? Und ich konnte nichts dagegen machen, weil ich die Items vorher nicht testen konnte, ob die bei mir hinpassen. Ja. Und dann muss ich hier... Kaufe dir am besten die empfunden Gegenstände. Irgendwer wollte auch geben, ne? Ja. Ich habe Nein gewählt. Lol, woi. Oh, scheiße, Nidalee. Oh, der ist tot. Oh, da sind ganz viele Gegner zu mir hin. Ich weiß sie nicht. Ich weiß schon, wie ich jetzt angreifen werde. Wawik kommt. Wawik, please. Nein, ihr seid zu weit weg. Waw. Legt du mich. Verbündeter wurde gekötet. Alter. Sand hat dich gekötet. Äh, mich. Ja. Wie viel Leben hat der? Brand? Ja, da, 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 lauft doch da hin! Ah, der hatte so wenig Leben, ne? Und dann wollte ich ihn killen, aber hat nicht geklappt. Ja, musst du da am besten deine Dingsfähigkeit aktivieren. Dein Wurf da, wo du die Sätze nehmen willst. Ach, ich bin schon wieder Level Up. Äh, fünf, ne? Ja. Äh, den letzten. Okay, und was habe ich jetzt aktiviert? Äh, kommt davon, drück mal drauf. Ich weiß nicht, was es war. Egal, drück drauf. Worauf? Ja, auf die Fähigkeit. Doch, habe ich schon längst aktiviert. Und was macht die? Ich habe keine Ahnung. Musst du länger, äh, musst du drauf mit der Mauszeiger bleiben, denn siehst du, was die alles kann. Alter, ja. Aber jetzt kille ich schon viel stärker. Ja. Ich bekomme Gold. Kill ihn. Kill it with eggs. Äh. With fire, so. Burning man, burning man. Oh, ich hasse, wenn sie hier scheiß 14er macht. Alter, die killen mir alle weg, ich kriege dadurch kein Gold. Oh, jetzt kann ich das letzte aktivieren, das allerletzte. Ihr habt, das ist gut. Ein bisschen Level 6. Bin ich jetzt auch wirklich, äh, wenn ich, oh, wenn ich jetzt aufhören mit dem Spiel so, oh, alter, fegt dich, fegt dich. Guck mal da, der ist schon wieder schnell als, und jetzt kann ich nicht weg. Ja, bislang, der hat es langsam mal gemacht. Hey, ich hab doch schon alle Attacken abgemacht, ich kann nichts anderes klicken, ey. Ja, manchmal geht's einfach nicht. Die Sonderattacken haben gar nicht funktioniert. Bleib am besten in Dings unserer Nähe. Ich bin noch 13 Sekunden tot. Ne, nerf ich nicht damit. Nein. Ja, so ein Arschgesicht. So, jetzt kaufe ich mir die Laufstiefel wieder. Also, äh, bin ich jetzt, wenn ich rausgehe aus dem Spiel, ne? Mhm. Also, wenn das Spiel jetzt vorbei ist, ich gehe ja nicht mehr raus. Ja. Äh, bin ich dann jetzt Level 6? Äh, nein, das... Das ist nur In-Game-Level jetzt einmal? Ja. Hört das doch behindert. Und sobald du wieder neu spielen machst, bist du in Widerstufe 1. Was, 3 sind tot aus unserem Team? Ja. Ich habe eine Gegner ein bisschen zu stark. Würde ich mal spontan sagen. Äh, wer? Wo? Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, laufe ich mal direkt hin. Ich würde aber nicht so laufen. Ich würde außen rum. Warte, rechts, rechts, rechts hoch. Stop. Und dann, ja, von da aus. Links runter, dann. Ja. Wo bleibt der, hä? Wo ist der Gegner? Weil du bist momentan noch nicht so stark, dass du es mit den Hallen aushalten kannst. Warum werf deine Setzlinge? Oh, ich kann nicht weggehen! Ever. Wie warst du mal? Hallen.